Was ist das? Ein verdammtes Vermögen, Sillebässe. Was können wir tun, Herr Polizist? Ist das so dringend? Ja, sehr dringend. Aber meint Sille? Ja, ich meinte... Sille, Ihre Trümelgeschwester, die versofften Witwen an. Ist sie total Matsch, oder? Hä? Ich scheisse auf Ihres Katerliste. Oh, Feri! Wir holen einen Dommetscher. Ich brauche auch einen Dommetscher. Oh, schöne Regretterie. Der Herr aus der Küche. Genau, danke. Jetzt habt ihr uns alle einverwünscht. Entweder mit mir auf Barcelona, oder mit der Zuckerei in das gleiche Haus. Oh, das war's. Wolltlaufen!